die höllenschreine die beste war es keine ahnung zwei gruppe bei mir 22 gruppen im gegnerischen team ich hatte gerade gedacht wenn eine 4er und samuro klasche da freut man sich wieder so richtig auf ein schönes abgülteltes match wir haben noch abwarten ich hoffe mal unser ragnaros und sullin sind gut dann haben wir auf jeden fall schon mal gute chancen weil ich mit meiner verwandlung die leute gut aufhalten kann ich glaube graumin und samuro am besten bevor er sich teilt wäre ganz praktisch oder nachdem er alle illusion fertig gemacht hat mal gucken mal gucken wer fehlt noch waller im gegnerischen team und ragnaros bei uns toll ich dachte jetzt mal hätte das gegnerische team nur probleme aber irgendwie irgendwie dann wohl doch nicht die haben den die haben wahrscheinlich den besten heiler im ganzen spiel oder naja gut ja mit dem permanentesten deal sagen wir es mal so permanent ist das hier das kommt wahrscheinlich eher hin naja ah Ja Yo Ich weiß nicht, was da Ach, schade Das Problem ist Ich kann da nichts machen So grundsätzlich Oh, scheiße Hier ist das schon mal schwieriger Nein, weil er versucht nochmal Ich gerade eben, das hat ja auch wieder funktioniert Ich bin nicht moralisch, aber zwar Vater, aktiviert den Schrein Und vernichtet seine Wester Der Bestrafer wird den Branglern an allen Dienern Hm Ich muss zurück Töge dann den Magnet Ha 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 Ah Schon besser Ich bin nicht Ich bin nicht Jetzt kann die Parche dann den komen Und ich bin jetzt hier Ich bin hier oh scheiße ich mal hier es ist ein ungesund, es ist ein nütz, ich helfe mir immer einen Weg Das ist so... Jaaa... Okay... Im Ernst, jetzt lässt du den Heiler... Es gibt echt Leute, die gibt es nicht, oder? Oh, ich glaub nicht, warum... Das ist so... Das ist so absurd! Ein Held ist feige aus dem Kampf geflogen! Ein Held kehrt auf das Schlachtfeld zurück! Hm... Kann sein, dass er sich hier nicht reagiert hat? Das war jetzt noch keine Absicht, aber schaden kannst du auch nicht! Hm... Hm... Soll ich hier alleine Gul'dan aufhalten, oder was? Oh... 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 Was ist das, was mir gehört? Oh mein Gott. Die Bestrafung der Hunde wurde ausgelöst. Freude für Freunde. Ersteh mich gern zu. Oh Gott. Ich habe alle Leidenschaft zur Cactus genommen. Ah, scheiße. Boah, war das Knabbel. Unglaublich. Was zum... Kann man das sehen? Kann ich das verwenden? Nö, kann ich nicht. Da brauchen meine Hilfe. Oh. 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 und jetzt macht er will er allein den schrein machen ich würde ja direkt aber lass mich doch auch mal hier rein du voll schweckle Ich bin so fast, was soll ich das? oh da schein besser Der eine Baller, der mir immer wieder greift, Bock hat, das ist echt, echt, sag mal, der ist noch alles. Was ist denn bei dem Kappel, das ist ja direkt. So, dann habe ich jetzt. Ja. 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 ich eigentlich die kleine mit okay keine möglichkeit mehr das ganze zu testen es ist so lächerlich ja ich weiß nicht Okay Das ist so nervig Die interessieren sich gar nicht dafür Das ist noch besser Von unbesorgten Sterblicher Das Böse findet immer einen Sinn Oh Ein Arkan-Bestraffer ist auf dem Weg Beendet seine erende Existenz Wirklich kolossal ignorieren Das war übel Aufversetzt Schön Das ist nicht geil Das liegt irgendwie nicht für die Planung Wie kann man nur so Die flammende Hölle wird niemals vollständig erlöschen MVP Das einzige was der geschafft hat Und dann kriegt er noch zwei Daumen hoch Dafür Hatten wir nicht zwei Gruppen? Da waren noch zwei Gruppen In irgendeiner Form Einzig und allein Abator hat Richtig mitgemacht Und er war nur bei einem Kill nicht dabei So traurig So traurig Naja gut Noch eine Runde Naja gut Hoffentlich kriege ich jetzt nicht wieder einen In der Gruppen ab Oder Hoffentlich doch Als Gegner Das wäre schön Dann wäre der Sieg schon sicher Dann wäre der Sieg schon sicher Dann wäre der Sieg schon sicher